Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichnen, Schütze Erstmal möchte ich Jahr 2018 am Allgemeinen beschreiben und es gilt nicht nur für die Schützengeborenen, sondern für alle Tierkreiszeichnen. Jahr 2018 ist ein Venusjahr. Es wird natürlich ein wichtiges Thema sein, liebe Partnerschaft, aber auch Kunst, Kreativität und Schönheit sind etwas zu verschönern, auch tolle Ideen und Selbstständigkeit. Venus ist auch der Planet für Harmonie und Frieden und immer mehr Menschen haben auch dieses Bedürfnis nach Frieden. Venus ist auch das kleine Glück und dieses Glück begleitet uns im Jahr 2018. Dann kommt ein Saturn-Einfluss dazu und Pluto und die Lilith-Einfluss. Was bedeutet das? Saturn erteilt uns noch Lernaufgaben, besonders im Liebe Partnerschaft. Saturn ist auch der Planet der Karma, also es werden auch karmische Begegnungen sein oder karmische Erinnerungen. Saturn ist auch der Planet der Schicksal, also schicksalhafte Veränderungen, schicksalhafte Entscheidungen. Und kommt dazu noch die Lilith-Einfluss. Wünsche, Sehnsüchte und Träume, aber die Neigung davonlaufen. Und hier wirkt auch Saturn und sagt klar und deutlich aus, nimm diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume bitte ernst, weil das kommt in Form. Es ist erreichbar. Dann kommt die Pluto-Einfluss. Pluto ist die inneren Kraft, diese konzentrierte Kraft, die Transformation. Und es ist wichtig bei diesem Pluto-Einfluss auch daran denken, dass wir alles aufräumen in unserem Leben, was uns hindert, glücklich zu sein oder erfolgreich zu sein. Welche Hindernisse sind da? Es sind nur Kontakte, was uns bremst. Es kann auch eine Angewohnheit sein, wovon wir verabschieden sollen oder Gegenstände. Aber betrifft auch unsere Gefühle, wie Schuldgefühl oder Angst. Es sind auch Stolpersteine in unserem Leben. Jahre 2018 lernen wir über Gefühle zum Sprechen, Kommunizieren. Und es ist auch ein wichtiges Thema. Das, was wir denken und fühlen, in Sprache zu bringen. Aber wir lernen auch, dass es nicht immer klug, offen zu sein. In manchen Situationen hilft uns, das Sagen, was wir denken oder gefühlen, offenlegen. Es gibt aber auch Situationen, wo es besser ist, nichts zu sagen. Und hier gilt auch der Spruch, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das sollten wir feinfühlig dann ausgleichen. Und wie trifft das die Schützengeborenen? Ich habe die Saturnenergie und auch die Lilith-Energie angesprochen. Das wirkt noch bei den Schützengeborenen. Jahr 2018 übergeht aber auch Saturn und auch Lilith in Tierkreis zeichnen Steinbock. Und das befreit ein bisschen die Schützengeborenen. Aber Anfang des Jahres ist vielleicht noch wichtig, danach zu denken oder zurückblicken. Was habe ich gelernt in den vergangenen zwei Jahren oder wie bringe ich etwas in Form? Aber was erwartet, das ist der Rückblick. Und was kommt, ist auch sehr wichtig. Die Schützengeborenen werden 2018 wahrgenommen. Ein Aufstieg ist für die Schützengeborenen. Sie werden eine tolle Ausstrahlung haben. Sie ändern sich aber auch ihren Selbstbild. Vielleicht auch die äußeren Erscheinungen, anderen Haarschnitt oder anderen Kleider zu tragen. Ihren Auftreten ändert sich. Kann aber auch bedeuten, dass sie einfach selbstbewusster auftreten. Sie werden auch mit ihren eigenen Werten bewusster sein. Und diese Wertschätzung werden auch verlangen von anderen. Und die Schützengeborenen bekommen Respekt. Vieles handelt sich um die Werten. Und es ist nicht nur das Selbstwertgefühl, sondern die Finanzen. Und da haben sie Glück. Die Schützengeborenen. Gewinnchancen. Das Geld vermehrt sich. Die Finanzen kommen in Ordnung. Oder gute Investitionen. Es sind aber zwei Hindernisse da. Die eine Hindernis ist, wenn die Schützengeborenen nicht an sich selbst, sondern anderen vertrauen. Kann auch ein Hindernis sein. Oder hindert die eigenen Gefühle wie Angst, Verlustängste. Das sind die zwei Punkte, was hindern könnte, dass die Schützengeborenen finanziell Glück haben und Gewinnchancen haben. Aber die Energie ist wunderbar, die Finanzen in Ordnung zu bringen oder das vermehren. Die Schützengeborenen werden in der Liebepartnerschaft mehr Leichtigkeit verspüren. Die, die in einer Partnerschaft leben, werden miteinander gut kommunizieren. Wie ich am Anfang auch erwähnt habe, über Gefühle zum Sprechen. Aber auch zuhören, was die anderen sagen. Geben und nehmen. Ein Austausch. Nicht nur emotional, sondern auch in Sprache, in Kommunikation. Und die Schützengeborenen, die alleine sind, werden Kontakte haben. Es ist nicht eine bestimmte Person, sondern viele Kontakte, weil die Freundeskreis wird sich auch vermehren. Also neue Bekanntschaften sind erwartend bei den Schützengeborenen, wo sie auch Glück haben, in einem Verein teilzunehmen oder eine Partei. Also das sind wirklich gute Kontakte, schöne Gespräche und so kommt auch das Privatleben in Ordnung. Und beruflich werden die Schützengeborenen tolle Ideen haben und es auch verwirklichen, wirklich gute Chancen für ein Neuanfang beruflich oder die bestehende berufliche Situation, die Arbeitsplätze etwas verbessern, auch durch eigene Ideen. Und das war die Beschreibung für das Jahr 2018 für Schützengeborenen. Es ist natürlich allgemein. Haben Sie Interesse, Ihre persönliche Jahresanalyse bestellen, besteht die Möglichkeit. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten. Dann kann ich genau die Tendenzen beschreiben und auch die einzelnen Monate. Genau beschreibe ich dann, was ist zum Erwarten oder auch welche Hindernisse da auftauchen. Manchmal geht es nicht um eine Analyse oder große schicksalhafte Ereignisse, sondern Fragen, was unseren Alltag betrifft. Wie zum Beispiel sehe ich ihn in den kommenden Tagen. Liebt er mich noch? Kommt sie zurück? Werde ich eine Nachricht erhalten? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Bekomme ich einen neuen Arbeitsvertrag? Soll ich diese Reise buchen? Werde ich umziehen? Und, und, und. Diese Fragen sind auch sehr wichtige Fragen. Dazu braucht man keine große Analyse, aber ein guter Rat ist immer Gold wert. Und dazu empfehle ich Ihnen die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Sie schreiben mir ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage. Bitte die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort dazuschreiben. Und ich werde diese E-Mail natürlich auch blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich für die E-Mail-Adresse. Ich bedanke mich für die E-Mail-Adresse.